Heyo, da sind wir wieder, Ian Echo. Wir starten hier in Baratheien. Ich habe jetzt einige Prozeduren übersprungen. Und zwar... Wo ist hier noch? Na sag's schon, ich musste ja noch Sand graben. Den haben wir noch gebraucht. Für den Ofen, ja. Ja, dann mache ich das nochmal zur Verdeutlichung. Ich hatte nämlich hier 60 von diesen Dingern hergestellt. Da hatte ich 90 gebraucht. Und beim Blauen wiederum... 26. Ja, ja. Nun haben wir das fertige Glas. Und damit fahren wir nach Nocturneheim. Also, beziehungsweise, ne? Mit dem LKW nach Orkos und von dort aus. Na, hoch mit dir, du Lümmel. Ah, ist knallig gegen den Schild. Ich kann nicht fahren. Ja, im echten Leben kann ich das sowieso nicht. Naja, was soll's. Bei Viraxu läuft das schon fast reibungslos. Der kann durchfahren und... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann aber nicht mehr davon tragen. Muss ich echt hier ein paar Mal hoch und runter. Das kann ja lustig werden. Das war's für heute. Jetzt ist die Frage, ich hab jetzt auch keine Lagerplätze mit. Haben wir noch Platz dafür? Ja. Ja. Abrunda. Halt, 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 halt. Ich bin so doof. Da stand doch die, eine Krücke da. Dann nehm ich doch die lieber mit. Da muss ich nur einmal runter. Komm schon. Bruch mit dir. Da schaukelt er fröhlich. Also irgendeiner. Mach doch mal ein GIF davon. Ein GIF-Bild. Blame it on a Buggy. Blame it on a Buggy. Zack. Oh, komm. Komm. Hoch mit dir. Oha. Na, wackeln wir wieder fröhlich umher? Oh, diesmal nicht. Na, von mir aus. Ja. 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 Wackeln, ich bin so da. Ja. 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 so und jetzt da raus na prima na komm jetzt hallo Junge, 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 Junge ach Mensch hör doch auf ich stelle die Krücke mal zum Spaß hier hin soll ich jetzt ach ich habe die die Dinge die Ding ach jetzt wird es wirstig so, dann wollen wir mal boah, da kann ich ja lieber durchgucken na, das wird lustig jetzt ich müsste eigentlich nur eine Stütze bauen irgendwie gut ich schätze es geht wie ich nicht ich nicht ich nicht ich nicht sondern Ah, ich krieg's halt mal hin. Ah, ich krieg's halt mal hin, ich krieg's halt mal hin. Ich glaub, die Höhe reicht. Ich krieg's halt mal hin. Mal gucken, wie das so passt dann am Ende. Aber ich seh da mehr oder weniger schon gekommen, dass ich doch hin und wieder mal umbauen muss. Also umplatzieren. 100 pro. Blech. Nein! Okay. 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 Hm. ja komm ich hole erstmal das blaue weg schon wieder an das popschuss reingekommen der Flächenherr ist immer noch hier den Filat habe ich ja noch nie gehabt wurde neben der Flächenherr ist immer noch hier der Flächenherr ist immer noch mal aus der Flächenherr ist immer noch lieber Das war's. Da muss einer höher. Aber das ist ja wirklich Pech-Schwarz. Wenn man noch sowas wie Graue hatte, dann würde ich mir überlegen, das zu nehmen. Das an Farbe. Ja, sieht von hier schon mal besser aus. Das wäre schon mal fertig. Also ich weiß ja nicht. Ja. Allerdings die Turmspitze. Ich kann ja gerade auch im Nachhinein, die ist noch nicht ganz gelungen. Da würde ich aber lieber aufscreen daran arbeiten. Jetzt will ich mal gucken, wie das von innen aussieht. Und gleich im Anschluss würde ich dann mit der Taverne dann noch, also im Anschluss würde ich die Taverne noch bauen. Welch Empfangskomitee. Ich weiß nicht, in dem Maße wäre es eigentlich noch gut, weil ich noch einen höher mache. Und dann noch einen breiter. Also. Ja. Ja.